Herzlich Willkommen hier wieder im Wildstyle Shop. Heute ist es, ich glaube es ist 11 Uhr. Also der Rohbau des Trains, den ihr hinter mir seht, ist fertig. Jetzt kommt die Details dran und es dauert nicht mehr lange und dann ist es offiziell. Wir können dann starten mit den ein- und losen Mitteln und zählt die Tage, zählt die Tage. Wildstyle Shop. Heid!